Heute Abend in der Schule alle anderen Kinder haben gesagt, dass mein neuer Haus der voll scheiße aussieht. Okay, wer sind denn alle? Na Lukas, Max, Bobby... Ja... Wow, das ist echt gemein von denen. So was sagt man eigentlich nicht zu jemandem. Vor allen Dingen nicht zu Freunden. Weißt du, wenn jemand zu dir gemein ist, sagt das oft mehr über die Person aus, als über dich. Und weißt du, wer deinen Rucksack richtig cool findet? Wer? Mama und Papa. Und du, oder? Ja, aber trotzdem haben die das gesagt. Weißt du, was viel wichtiger ist? Und das ist, glaube ich, am wichtigsten, wenn es darum geht, ob dein Rucksack cool ist. Und zwar, was du über deinen Rucksack denkst. Nur meine Meinung? Ja. Ja. Ja, und Emi. Ja, und auch Karl haben gesagt, dass der eigentlich ganz cool ist und dass die nicht recht haben. Ja, ich mag ihn schon sehr. Danke, Mama.